Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger. Hinter mir läuft gerade die Comiciade. Ich werde jetzt mal gucken, wie es da so ist, werde euch das ein oder andere Video machen und hoffe, es wird lustig, es wird cool, vielleicht finde ich was Nettes zum Shoppen. Mal schauen, Comics sind geil. Alter! Jetzt habt ihr mal gesehen, wie es draußen war, so ein bisschen. Ich gehe jetzt mal rein und nehme vor euch drin noch ein bisschen auf, gucken wie es wird. Ich war selbst noch nicht drin, ich bin auch überrascht. Ihr聼er theseikum mit Profis doch mal! Ihr könnt da, wie es ist, die Werksuhr nicht. Die Werksuhrinvestigung crank descent gehen, aber ich muss in die Werksuhracoat her. Ich lese. Unter mir seht ihr die ganzen Massen hier, für die kleine Halle schon gut gefüllt. Habt ihr auch ein bisschen gesehen da. Ich werde jetzt noch ein bisschen shoppen gehen. Ich habe mal das ein oder andere gesehen, was mich so interessiert. Was ich gekauft habe, werde ich euch gleich definitiv nochmal zeigen. Und ich mache unten vielleicht nochmal so ein oder andere Video, dass ihr auch noch ein bisschen mehr mitbekommt. Und ja, ihr werdet es ja sehen. Ich denke, dass ihr noch etwas habt. Was 이거... Ich nehme jetzt los... fertilizante S bạn! Vielen Dank. Das war's von der ComiKarte. Mein kleiner Einkauf, eine kleine Taschenuhr. Hat mir gefallen, hab ich mitgenommen. Schönes Motiv drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es in den letzten Videos steht. Ich kann zwar das Ganze hier abonnieren, würde ich mich freuen. Denkt an die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch hier nochmal gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen auf. Ich bin froh, dass wir uns zwischen Seiten gepasst haben. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.